Och man ey Rohat, wir werden auf das Video von hungriger Hugo reagieren und dann gehen wir rein, dann gehen wir rein ins Video. Hungriger Hugo, och man ey Rohat. Ah, wo ist denn die Cam? Das ist voll vernirrend. Wo ist denn die? So. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Noch Kontakt mit Marcel. Digga, glaubst du, ich bin bei ihm eingebrochen, habe ihn gefragt, ohne mit ihm zu reden und streamen einfach von seiner Station, Digga. Also eigentlich müsste ich für die dämliche Frage schon wieder Timeout führen. Zwei Jahre. I imagine einfach Carsten, Digga. Er bricht einfach bei Monte ein, sticht ihn einfach zack, 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 zack und streamt da einfach jeden Tag. Warum bist du bei Monte? Er hat seinen Fortnite-Rift zu mir geworfen und bin hier einfach gelandet, Digga. Her geworden. Sein Fortnite-Rift. Geil. Was ist das wieder für eine Frage? So. Wisst ihr, wie gut Monte drauf ist? Er schreibt mir heute Morgen schon Bach, ja? Und wirklich zwei Minuten später, er macht die Tür auf und macht diesen hier, springt zu mir ins Bett und liegt so da und grinst mich an. Und du und da, so Doppi liegst, wenn ich mich nicht an. Nicht mit Schuhe. Oh, ich will, ich will, ich will, ich will. Nicht mit Schuhen. Halt's Maul jetzt, Mann. Halt's Maul jetzt. Schuhe waren wirklich fresh. Bisschen lauter? Okay. Machen wir. Nein, ich scheiße. Aarok, danke für fünf Monate. Azumi, danke für 15 Minuten. Ungewohnt aus der Zentrale Subs vorgelesen zu bekommen. You wanna be my plan? Perfekt, Digga. Wir bringen wieder das Best-Top raus. Alle Clips von Sata Hugo, Reaction Hugo, Hugo Hugo. Alle geused, Bruder. Ey, Hugo, hier wird wieder alle Clips verboten. Wir sehen uns auf Twitter. Wir sehen uns langsam wieder hier auf dem Channel-Zug mit dem Viewer. Ich glaube, ich muss wieder Clips verbieten. Mann, ey. Warum rennt die los? Warte! Was ein Bullshit. Gott, man kann... Was, ey, wann kann man denn in Minecraft so dancen? Kann man dann sagen, genau. Ja, ansonsten. Ähm, wir haben... Was ist das? Was ist das? Okay, wenn wir den Tanzen aufhören, sind wir so dumm ruhig zu tanzen? Boah, Revi mit Mütze aber auch ganz gefährlich. Ach, scheiß auf. Nächstes Thema. Meine Damen und Herren, euer Knossi macht den Zin-Dop-Zin. Boah, ich habe nur so ein paar Clips davon, die tanzen, gesehen. Ai, 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 ai. Bei Let's Dance. Ich kann keinen einzigen Tanzschritt. Ich kann gar nichts. Ich habe noch nie getanzt. Wer tanzt, hat kein Geld zum Saufen. Ich stand immer nur da. Wahrscheinlich war es... Weise Worte. Das dümmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Hier ist Jens Kuzala mit dem Rumba. Meine Ehre. Wir haben keine Ahnung. Das war gerade ein Dio. Boah, ha, ha, ha. Oh, scheiße, ha, ha. Das Internet sagt... Einfach Hugo, Liga. Wilde Dance-Moves. Du besitzt 1,5 Millionen Euro. Stimmt das? Ah, ha, ha, ha. Sascha sagt einfach die Wahrheit, dass du Multi bist. Multi. Was für 1,5, was soll ich damit nennen? Was denn? Da kann ich nicht mal meine Monatsmiete bestreiten. Sag es doch einfach, Sascha. Er macht jetzt einen auf Loki. Er wird jetzt irgendeine Antwort geben, so... Ja, äh, äh, äh. Irgendwas will jetzt kommen. Steuern oder dies oder das. Da müsste ich meine Schwester fragen. Ich habe keine Ahnung von Finanzen. Eee, wahrscheinlich, Digga. Keine Ahnung von Finanzen. Hast du keine Ahnung von Finanzen? Ach, ha, 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 ha. Ach, geh mal, schick mir ganz schön oft Uhren. Alter, Trimax, du bist der Einzige, der nie antwortet. Ich weiß gar nicht, wo ich bei dir dran bin. Schick dir brutale Uhren. Wisst ihr, was da zurückkommt? Gar nicht. Das ist keine Unterhaltung. Das ist eine Einwandstraße. Ich kriege eine WhatsApp und dann kriege ich am gleichen Tag noch 35. Dann ist das so tief unten, dann finde ich das niemals wieder. Der sagt zu mir, ich hätte das an der Uhr. Schick ihm die Uhr, komm nix. Ich schick ihm nochmal eine andere Uhr, komm nix. Max, was lässt du deinem Bruder hier so hängen? Gäste. Das ist ein Ufer. Der Arme, einfach nach fünf Jahren, aber er hat es geschafft. Schönster fehlenden Moment von Jeremy Abbey. Was denn? Ähm. Was denn? Wie leid, komm her. Franz. Bin jetzt dieser eine? Äh. Fünf. Jeffrey Dahmer. Nein. Hohoho. Ach du Scheiße, Alter. Jeffrey Dahmer. Hui, Alter, gefährlich. Boah. Wie leid, komm her. Oh, unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Schau, Leute, das ist ein sehr bemerkter Mann in Deutschland. Habt ihr immer Englisch in dem Video? Nein. Was sagst du? Bist du Englischsprachiger? Ja, ich bin. Oh, mein Gott. Vor allen Dingen, warum reden die immer Englisch mit dem Ding? Der Typ spricht Deutsch. Reden Deutsch mit dem. Warum denn Englisch, hä? Ich muss eine Bilder machen. Du kennst mich auch? Nein, Mann. Nein, es geht nicht. Ha, 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 ha. Du kennst mich auch? Nein, Mann. Ich bin ein Influencer für Perfumes. Aber wir müssen Gas geben. Okay, ready for a picture? Alter, ehrlich, einfach Haaland. Wist du, duf, was ist denn das Mensch? Was ist denn das jetzt? Ich weiß den Namen. Oder bei David? Ha, ha, ha. Was hast du drauf? Ohat und Phoebe öffnen Fanpakete. Du musst das doch ordentlich zeigen. Ich packe das doch gerade auf. Dann zeig das doch, wie es eingepackt ist. Oh, mein Gott. Eine Visitenkarte. Schaut euch das an. Ein Stift oder ein Ding. Oh, ein Puppel. Kann man so viel Freude haben, an einem kleinen Eisding. Oh, mein Gott. Das ist so krass, dass du so kust. Das ist irgendeine kleine Kacktänke. Jetzt hast du einen Arsch offen. Ist was draus, wer? Hast du einen Arsch offen? Oh, mein Gott. Digga, das nehm ich. Nein, Roat, das ist meine. Five minutes later. Ich schließe jetzt erstmal den Brief. Sie will die ein. Mein Lieber. Das Vorgehen der Taschendiebe. Trickreich und dreist. Das ist... Geil. Ein uns bekannter Taschendieb, der schon mehr Farb-Taschendiebstähle begangen hat. Die haben mich einfach schon wieder geklaut. Sag mal, was du mit mir noch mal so... Einfach meine Schuhe sind nicht da. Was ich geklaut habe. Dieser Schuh-Rort hat jetzt bei mir auch geklaut. Was kann man hier mitnehmen? Was kann man hier mitnehmen? Das gibt ne Anzeige. Die Waffe der Bundespolizei sind mittlerweile zwei deutsche Rentner. Das gibt ne Anzeige. Hallo Kibi, ich bin Robin, 21 Jahre jung und komme aus der Nähe Karte. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du uns jeden Tag... Bruder, du hast Straftat bei mir zu Hause gemacht. Schau in seinen Rucksack. Der kleine Wichser, was hat er sich eingepackt? Jo, boah, willst du mich verarschen? Willst du mich? Ja, Digga, er hat alles eingepackt. Größter Langfinger. Ist er ein Wichser? Er wollte der Sonne klauen. Hast du nicht irgendwas zu sagen? Ich wollte, dass wir dich aufbewahren, damit es nicht kaputt geht. Nee, ich will sie erst bei mir klauen. Meine Geschenke, dass du zwei ein Prinkpil trinkt man jetzt aktiv mehr weg. Ich hab nur zwei davon. Das ist wahrscheinlich schon der zweite, weil du vorhin schon ein Schokoprinkpil trinkt man. Boah, hart bearbeitet. Du kannst dich doch bei mir jeden klauen. Oh, hart, hör auf zu klauen. Macht man nicht. Nein, das ist nicht echt. Das haben die wirklich... Oh mein Gott, ist das geil. Ahaha, geil. Du bist... Du bist... Der beste. Der beste. Was ist der beste? Der beste. Sssst. 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 bundesland das unternehmen oder das gut fragen sind immer gut da mache ich mit in welchem bundesland oder was warte ich muss die frage noch mal hören ok berlin oder brandenburg weiß ich nicht digga brandenburg what the fuck alter was weiß die antwort ja egal scheiß drauf ja scheiß drauf digga